Wir kommen zurück bei Minecraft, jetzt bauen wir unseren Keller fertig, aber zunächst baue ich das Portal fertig. Jetzt bauen wir das Portal fertig und kommen so zurück in unsere alte Welt. Jetzt bauen wir das Portal fertig und kommen so zurück in unsere alte Welt und spielen mit den Schafen im Gegenteil und holen uns ein paar Schleimbälle von diesen Schleims, die dort hier unwesen treiben. Ja, 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 und jetzt hol ich mir ein bisschen Narva. Ich hoffe, ich flieg nicht. Ich flieg hier nicht rein und dann laufen wir wieder zurück nach Hause und lagern die Lava in die Grube ab. Jetzt bauen wir unser Portal fertig und kommen so zurück in unsere alte Welt. Ja, jetzt bauen wir unser Portal fertig und kommen so zurück nach Hause zu unserer alten Welt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.